Hallo und willkommen zurück zum hydroponischen Garten von Unreal. Was steht hier? Gewächshaus A, Sektion A voll. Bio-Mülldurchfluss vom Kontrollraum aus umleiten. Sektion B, der Müllanlage hat freie Kapazitäten. Bitte darauf achten, die Wasserversorgung regelmäßig auf Unreinheiten hinzukontrollieren. Ja, Feuer in den oben. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist eigentlich hier unten? Munition, na immerhin. So, hier ist Zutritt verweigert, Zutritt in den Hokelbogen zu bekommen, aha. So, ich werde einmal im Kreis gelaufen, schön. So, das sind die Gewächshäuser. Hier muss ich ja eigentlich nicht mehr hin, weil die Gewächshäuser habe ich ja alle abgegrast. Das heißt, es gibt ja irgendwie nur A und B. Okay. 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 Wechsel aus B. Weil Karte gibt es hier nicht zufällig, ne? Okay. 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 Das ist gleiche. Okay. 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 So muss er teilt werden, um Zutritt in den Hokelbogen zu bekommen. Hmm. Okay. Hier war ich noch nicht. Ein Kraftfisch. Zutritt verweigert. Zugangsgenehmigungen für Kontrollfunkbogen erteilt werden, um Zutritt zu Nordelbogen zu bekommen. Ja, das hatten wir doch gerade schon mal. So. Gibt es hier unten irgendwas? Äh. Gibt es hier unten irgendwas? Äh. Geht mir ein bisschen sehr tief runter. Nische ... Nische ... Nische ... ... ... Tradiumstamm. Ich speichere mal. So, jetzt sinken wir hier mal nach unten. so bin ich jetzt hier okay keine ahnung wo ich da gerade war aber war bestimmt wichtig was geht denn hier mal auf du gehst hier auf jetzt geht weg was ist denn das jetzt hier A B B Sieht auch so ein komisches Ding. Ne. Gewächshaus A hat sowas nicht. Das ist kein Gewächshaus, das ist ein Irrgarten. So. Aber jetzt sind die hier zentral. So, ich glaube das Ding, dieser Schalter ist einfach nur, dass er hochfährt. Ne, genau. Mhm. Mhm. Können wir hierher kommen und da geht's nicht durch. Man könnte jetzt versuchen, da irgendwie mit Trick 17 hinzukommen. Eine Belüftung. Okay. Ähm. Ja. Hm. Hm. Ja, genau da wollte ich eigentlich ran. Wie konnte man denn hier nächstes... Also ich speichere erstmal, ist immer gut. Wie konnte man hier das nächste Objekt auswählen? Optionen... Okay, die Steuerung da. Waffe, Steuerung, Inventar. Gerät an, aus. Gerät vor, zurück. Klammern. Also hier unten wahrscheinlich. Okay. Toll. ..."Klammern. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020